Ich bin Oliver Jung. Mit meiner Mutter und meiner Frau Sabrina führe ich Lederkling, das älteste Lederwarenfachgeschäft in Heilbronn. 1946, also jetzt über 70 Jahren, hat meine Oma das Geschäft gegründet. Es hat angefangen, früher zu Hause noch, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wohnung. Und in den 50er Jahren hat sie dann das erste Lederwarenfachgeschäft in der Bahnhofstraße eröffnet. Seit 2012 sind wir jetzt hier am Kieselmarkt. Frau Jung, welches ist denn Ihre Lieblingstasche hier im Laden? Meine Lieblingstasche ist der Tiger von Bracialini. Als ich ihn damals gesehen habe, war ich sofort verschossen in ihn. Das Besondere an diesen italienischen Handtaschen ist, dass sie handgefertigt sind und es nur in geringer Stückzahl weltweit zu kaufen gibt. Neben Bracialini führen wir für die jüngere Generation Suri Frey und Desigual. Zu unseren Topmarken selber zählen noch dazu Bre, The Bridge und Anst & Angles. Anst & Angles führt neben Handtaschen, Geldbörsen, auch Aktentaschen. Koffer haben wir Marktführer Rimowa sowie Samsonite. Rimowa ist ein deutsches Unternehmen, die qualitativ hochwertige Koffer herstellen. Wenn man bei uns einen Koffer kauft, liefern wir ihnen bei Bedarf den gerne nach Hause. Genauso bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice. Und wenn sie es mal nicht während unserer Öffnungszeiten zu uns schaffen, können wir gerne individuell mit ihnen einen Termin vereinbaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.